Allah hat dir Augen gegeben. Was machst du mit diesen Augen? Was schaust du dir an, Odina, als diese versauten Filme? Tag ein, Tag raus. Schentan schämt sich, diese Filme zu schauen. Wie also kannst du vor dem Bildschirm sitzen, vor dem Tablet, vor dem Handy sitzen und du schaust dir diese Filme an, als ob Allah dich nicht sehr fühlt. Als ob die Engel nicht gerade alles aufschreiben würden. Und Allah sieht, wie sehr du dich freust, während du diese Sünde machst. Und wie dein Herz aufgeht bei dieser Sünde. Und so sollte dein Herz nur aufgehen, wenn du eine gute Tat machst. Wie kannst du dir diese Filme anschauen, während du dich nicht schämst vor Allah? Und bei Allah, wenn es nur an deiner Tür klopfen würde, so würde dein Herz in deine Rose fallen. Aber bei Allah regt sich nichts bei dir.